was sagen will ich nicht mit mir reden du bist entweder sehr tapfer oder sehr töricht hierher zurückzukehren nefertari habe ich recht ein tausendfacher segen ist lange überfällig wo das war rutsch frau hast du mit etwas anderem gerechnet folge mir bayek und behalte deinen tausendfachen segen du wirst ihn brauchen ich fühle mit ihr es musste getan werden du siehst gut aus besser als beim letzten mal bist du nun erfahrener was das töten angeht rudiak war nur der anfang ja deine jagd der raya wohin führst du mich du leistest ab bitte bei anubis ab bitte ich habe keine ahnung wovon du sprichst natürlich wie solltest du du warst ja auch sofort weg wie du weißt sammeln wir hier das natron für ganz ägypten das meiste schicken wir nach memphis um die toten damit zu bedecken hat vielerlei verwendung ich könnte damit eine wunder reinigen oder zum beispiel das blut von meinen händen waschen es wird besser ich lasse dir gleich etwas gegen die schmerzen bringen und mein bruder er holt sich er braucht ruhe du musst mich nicht daran erinnern hey warum müssen so viele aus deinem volk leiden weil anubis erzürnt ist seit du uns verlassen hast sind die ganzen fackeln an seinen schreinen erloschen die risse werden nicht länger immer schlimmer nebett vor was dem zorn des anubis was immer es ist viele wurden verletzt als sie sie wieder entzünden wollten andere sind ganz verschwunden es ist klar dass er nur bis eine wiedergutmachung erwartet und zwar von dir allein oh ok das ist die bohken nämlich alle so an ich entzünde die fackeln und wende den fluch ab oder omen oder was immer es ist das solltest du auch wenn du darauf hoffst dass anubis und ich dir jemals verzeihen so vier bring bitte etwas weihrauch zu den männern am becken ich muss dich nicht zur vorsicht mahnen es sind insgesamt drei schreine einer im süden einer über einer natürlichen quelle und ein weiterer in der knickpyramide den weg dorthin kennst du ja schon ok Also den ersten Schrein haben wir schon mal gefunden, werden wir uns halt erstmal um den kümmern. Dann werden wir vielleicht hoffentlich Anobis besänftigen. Wenn wir alle Schreine angemacht haben. Eine der Fackeln von Anobis müsste hier sein. Die Fackel ist umgestürzt. Wo ist die Schale? Der Zaun ist beschädigt. Gab es hier einen Kampf? Und hier ist Blut. Jemand fiel. Oder wurde gestoßen. Ich tippe mal auf gestoßen. Nefertari hat nicht übertrieben. Der hier starb beim Entzünden der Fackel. Und da ist die Schale. Da ist die Schale. Da ist die Schale ja. Sie ist ins Becken gefallen, als die Fackel umgestoßen wurde. Da greift uns bestimmt gleich einer an. Hä? Amulette? Das sollte reichen. Jetzt muss ich sie nur noch entzünden. Torwächter, der du hat. Ich ehre deinen Namen. Okay. Es ist doch nichts passiert. Ich hab gedacht, hier passiert jetzt gleich noch was. Jetzt angegriffen werden oder irgendwie so. Na komm her. Komm her. 400 Meter Raum. Komm her. Lauf weiter, Leute. Und dann muss ich in die Knick-Promi da. Komm her. Komm her. Gemeinsam. Was? Du kannst nicht fliehen. Hö! Verschaff nie mehr Zeit. Ich muss weiter. Oh, zu stark! Blödes Video. Lass meinen Vier in Ruhe. Wo ist der andere hin? Ich wollte ihn eigentlich gar nicht vergiften. Er hat ihn aufgehängt. Da ist das Blut auf dem Stoff. Anubis Amulette. Jemand hat sie hier hingelegt, aber wieso? Hm. Torwächter der Duat. Ich ehre deinen Namen. Kein einfacher Auftrag. Ob hier noch andere Kräfte am Werk sind? Bestimmt. So, auf zur Knickpyramide. Was ist denn da oben eigentlich rein? Ich weiß nicht, war das in der Pyramide drin? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Doch, da ist ein Loch. Also müssen wir doch rein. Oh. Oh. So, und setzen wir den mal an. Torwächter der Duat. Ich ehre deinen Namen. Das war die letzte Fackel. Ich sollte zurück zu Nefatari. Was ist denn hier? Mehr Amulette. Was wollten sie damit erreichen? Hm. Irgendwer muss ja die Leute da oben bringen. Tach Jungs. Hinter mir Harry. Was Harry? Ne. Harry, bleib hinter mir. Kommt der auch mal wieder? Kommt der auch mal wieder? Ey Kumpel, ein Freund Harry, der ist weg. Du kommst nicht vorbei. Ah, 250 Gold hat sich gelohnt. Da überall. Oh. 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 Das ist okay. Jetzt muss ich da oben hoch. Ich bin mir hier mal gespannt. was gibt es neues die fackeln brennen mit unermüdlicher flamme dann bete ich dass anubis uns verziehen hat ich habe amulette bei ihnen gefunden sagt ihr das irgendwas etwa bei den fackeln vermutlich zur abwendung des omens ich halte die augen offen doch erst einmal brauchen einige rebellen unserer hilfe gewöhnlich reise ich selbst aber man braucht mich hier sophia bot an an meiner stadt zu gehen aber nur wenn du sie eskortiert so soll es sein ich hoffe deine jagd wird bald enden bevor du unwiederbringlich ein anderer sein wirst